Die Fähigkeit unseres Körpers, sich metabolisch an Hungerzeiten anzupassen, war früher überlebenswichtig. Während harter Zeiten in der Evolutionsgeschichte, in denen keine Nahrung zur Verfügung stand, hat sich unsere Stoffwechselrate gesenkt, damit wir länger ohne Nahrung überleben konnten. Denn so erhöhte sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas Essbares finden. Also ist die logische Konsequenz, dass auch bewusste Fastenzeit unseren Stoffwechsel auf Sparflamme schalten. Was ja nicht unbedingt gewünscht ist, besonders wenn man mit dem Intervallfasten abnehmen möchte. Aber ist das wirklich so? Und vor allem verlangsamt auch das Intervallfasten unseren Stoffwechsel? Diese Fragen möchte ich heute beantworten und in dem Zusammenhang einen Blick darauf werfen, wie sich das Intervallfasten auf unseren Stoffwechsel auswirkt. Was ist aber überhaupt mit dem Stoffwechsel gemeint? Die meisten würden den Begriff einfach mit Verdauung gleichsetzen. Das ist aber nicht zutreffend. Stoffwechsel ist erstmal ein sehr breiter Begriff. Deshalb klären wir zunächst einmal, was man unter dem Stoffwechsel versteht und welche Art des Stoffwechsels eigentlich gemeint ist. Stoffwechsel steht für den Transport und die chemische Umwandlung von Stoffen in einem Organismus. Hierbei muss man unterscheiden zwischen dem Anabolen- und dem Katabolen-Stoffwechsel. Der Anabole-Stoffwechsel schließt alle aufbauenden Stoffwechselprozesse ein. Dazu gehört bei Menschen zum Beispiel die Fettsäuresynthese, also ganz klassisch der Aufbau von Fettgewebe, wenn zu viel Energie zur Verfügung steht. Aber auch die Synthese von Glucose im Rahmen der Gluconeogenese oder auch die Bildung von Ketonkörpern. Auf der anderen Seite gibt es noch den Katabolen-Stoffwechsel. Hiermit sind alle abbauenden Stoffwechselprozesse gemeint, nämlich der Abbau von komplexen Verbindungen wie Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten in einfachere Verbindungen. Dementsprechend gehört auch die Energiebereitstellung zum Katabolen-Stoffwechsel, weil der Körper aus dem Abbau von komplexen Verbindungen zu einfachen Verbindungen direkt oder indirekt Energie gewinnt. Das bedeutet zusammengefasst, Katabole-Prozesse liefern durch den Abbau von komplexen zu einfachen Molekülen Energie. Anabole-Prozesse bauen unter Energieverbrauch aus einfachen Bausteinen komplexe Moleküle auf. Relevant für uns in diesem Zusammenhang ist der Katabole-Stoffwechsel, weil es darum geht, wie viele Makromoleküle zur Energiegewinnung abgebaut werden, um zu bestimmen, wie viel Energie der Körper beim Fasten verbraucht. Ausschlaggebend dafür ist der Energieumsatz des Körpers. Die Energiemenge, die ein Mensch pro Tag zur Aufrechterhaltung seiner Körperfunktion verbraucht. Der Energieumsatz berechnet sich aus dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz. Der Grundumsatz ist die Energie pro Zeiteinheit, die der Körper in Ruhe nur für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen, wie der Atmung, dem Blutkreislauf und der Verdauung benötigt. Sämtliche Energie, die der Körper darüber hinaus für die körperliche oder geistige Arbeit verbraucht, wird als Leistungsumsatz bezeichnet. Der Leistungsumsatz ist also abhängig davon, wie aktiv wir sind, wie viel wir uns bewegen, wie viel Sport wir treiben und auch wie viel geistige Arbeit wir verrichten. Der Grundumsatz hingegen hängt in erster Linie von der Konstitution eines Menschen ab. Also von Faktoren wie dem Alter, dem Geschlecht, dem Verhältnis von Muskelmasse zu Fett, sowie von der Größe und dem Gewicht einer Person. Also von Faktoren, die sich nicht gerade von heute auf morgen ändern. Ein Faktor, der den Grundumsatz aber schon beeinflusst, ist eben das Fasten. Deshalb ist es sinnvoll, nicht den Gesamtenergieumsatz zu vergleichen, sondern nur den Grundumsatz, weil es beim Leistungsumsatz eben sehr schwer ist, das Aktivitätslevel genau gleich zu halten. Die Größe, um den Grundumsatz zu bestimmen, ist die BMR, die Basale Stoffwechselrate. Das ist die Energie, die im perfekten stationären Zustand wirklich nur für die Aufrechterhaltung der Körperfunktion verbraucht wird. In der Praxis wird deutlich häufiger die RMR, die Resting Metabolic Rate, bestimmt, weil die Bedingungen hier nicht ganz so strikt sind. Die RMR wird im Ruhezustand gemessen. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass die Personen bei der RMR-Messung nicht schlafen müssen und der Energieverbrauch dadurch etwas höher ist. Somit ist die BMR-Messung immer etwas genauer. Die RMR-Messung ist aber wesentlich leichter durchzuführen und trotzdem vergleichbar. Soweit erstmal genug zur Theorie. Jetzt würde man ja davon ausgehen, dass Fastenzeiten dazu führen, dass der Körper die Stoffwechselrate senkt, um Energie zu sparen. Und das müsste man ja auch in einer RMR-Messung feststellen können. Für unseren Körper ist es aber etwas völlig anderes, ob wir eine Mahlzeit auslassen, 24 Stunden lang nichts essen oder für mehrere Tage fasten. Die Länge der Fastenzeit ist entscheidend dafür, zu welchen Anpassungsreaktionen es kommt. Das heißt, man kann hier schon mal keine pauschale Antwort geben, sondern muss genau auf die Fastendauer schauen. In dieser Studie hat man bei gesunden Testpersonen die Auswirkungen einer dreitägigen Fastenperiode auf den Stoffwechsel untersucht. Und man hat festgestellt, nach den drei Tagen Fasten war die RMR, also die Stoffwechselrate in Ruhe, angegeben hier in Kilokalorien pro Stunde, im Durchschnitt um nur 8% reduziert. Es ist auch logisch, dass sich der Grundumsatz nicht plötzlich halbiert, weil es sich ja um den Energieverbrauch für absolut essentielle Körperfunktionen, wie die Atmung oder die Thermoregulation handelt, auf die der Körper nicht verzichten kann. Insofern hat der Körper auch nur begrenzt Spielraum, um diesen Energieverbrauch runterzufahren. Dazu kommt, dass es erst nach einer Fastendauer von drei Tagen zu dem Rückgang gekommen ist. Und mit einer solchen Fastendauer liegt man ja schon deutlich über der Dauer von 16 bis 20 Stunden, die man im Intervall Fasten Anwendung findet. In einer anderen Studie hat man auch kürzere Fastenzeiträume betrachtet. Hier hat man genauso die Teilnehmer fasten lassen und den RMR-Wert bestimmt. Hier allerdings aufgeführt als REE, das steht für Wresting Energy Expenditure, ist aber nur ein Synonym für RMR. Es geht hier also genauso um den Energieverbrauch in Ruhe, angegeben in Kilojoule pro Minute. Und man sieht hier, dass der Energieverbrauch bis zum dritten Tag sogar angestiegen und erst danach zurückgegangen ist. In der Studie hat man diesen Anstieg des Energieverbrauchs mit einer verstärkten Ausschüttung von Noradrenalin in Verbindung gebracht, die man im gleichen Zuge festgestellt hat. Das macht evolutionär gesehen auch Sinn, wenn wir uns mal in die Situation versetzen, als wir uns Lebensmittel noch erarbeiten mussten und sie nicht ständig zur Verfügung standen. Wenn damals Nahrungsmangel bestand und der Mensch Hunger hatte, kam es zur Ausschüttung von Stresshormonen, welche seine Sinne geschärft haben und ihm den Antrieb für die Nahrungssuche gegeben haben. Dadurch wurde der Mensch kurzfristig leistungsfähiger, das seine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht hat. Und in diesem Zusammenhang wurde eben auch der Stoffwechsel angekurbelt. Aber einem gewissen Zeitpunkt wurde dieser anfängliche Vorteil jedoch zu einem Nachteil aufgrund des hohen Energieverbrauchs. Denn wenn weiterhin keine Energie zugeführt wird, ist das ein Signal an den Körper, dass jetzt offenbar nicht der richtige Zeitpunkt für die Nahrungssuche ist und dass stattdessen Energie gespart werden muss. Das entspricht dem Rückgang der Stoffwechselrate ab dem dritten Fastentag, die wir gerade gesehen haben. Insofern ist davon auszugehen, dass wir beim Intervallfasten keine Angst vor einem eingeschlafenen Stoffwechsel haben müssen, sondern im Gegenteil sogar von einem angekurbeltem Stoffwechsel profitieren können. Ich hoffe, ich konnte dir damit die Angst vor einem verlangsarten Stoffwechsel beim Intervallfasten nehmen. Wenn das der Fall ist, dann lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und vor allem auch über ein Abo. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern profitierst auch selbst von regelmäßigen Infos rund um einen gesunden Lebensstil. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.